Hey Leute, willkommen zu der Folge, wir zeigen heute Kurs eine Runde, wie das letzte Mal und ich bin heute nicht alleine, weil ich bin hier mit den schönen Leuten hier auf diese schöne Map und ich habe mir heute gedacht, wir zeigen mal eine Runde Kurs, weil ich finde so Kurs so schön und habe mir einfach so gedacht, ja, nehme ich mal eine Runde Kurs auf und ja, mal gucken, ob die Runde Kurs... Meinheit, Daniel, AKX Killer Chicken Hey! Ist auch dabei, komm, wir gehen zusammen We are going together! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Schafft er locker nicht! Hast du ihn, hast du ihn? Nein! Und dann fall ich wieder runter. Nee! Der schafft es locker nicht. Nein, 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 er schafft es nicht. Also, sind unsere teammates... ... Ja, doch natürlich, das ist klar, wie wie sonst bleiben! Wie geht es? Und die Schießers... ... und die Schießers... ... und die Schießers... ... und die Schießers... Neo-워 Она Viya Going Together We are going together... fack dikiki, die king... I will beten... ...убindeいて es親aviglich nicht. Nee, jetzt kriegen wir die nicht, ne, ich wüsste... ... Gäste in der Nähe aber wollen wir tun und zu gehen es ist entdeckend we go to geto die wo bist du ich bin damit so und kündig kommen in den mädchen 2 in dem wir noch gehen sonst kommt es kurz Kostkos 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 hat als sich gehört das war mein Siegelfrei Röster als er geht auch weg ich probiere nur dann für die zu töten nichts anderes gehen wir zusammen dahin und sauber ich hab die Korb kommt habe ich hat er ja bitte weiter 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 komm 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 er x-killer schicken schicken aber ich bin ich wirklich so schick das sagt wo ich sehe ich aber gehe schmeichelt ichoko ich geh zum anderen kommt musst du auch ja komm was immer die leute das auf einmal noch sind drei leute sind es noch ja natürlich für die אפ natürlich glaube ich und ich fall runter Firma ua 500 hilf mir doch nur AAAA scheiße Okay komm einfach rösch 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 wir gehen zusammen da rösch rösch los voll dir ist natürlich am löst gleich nicht mehr ja alles klar von hinten einen bogenschuss das hätte ich den fuldi ich schwöre es dir und kom 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 ja ja nein ja doch doch erst an doch schnell ich brauche ich brauche du brauchst mich zu ich muss kommen noch schnell ich kann es nicht zu gewöhnen kann ich nicht ich hatte kein weiß egal wir haben gewonnen sie sich auf jeden Fall und die Leute sind es gleich in der nächsten Runde ist gleich ich dachte mein Geschenk ist es zu mir schenken will ist zum einen nachträglichen Geburtstag werden kommen erkannt Prozent nicht erkannt kommen kommen vielleicht ein Jahr ja okay also für sich das Geld dort also auf komm ich bin und ist es der reichste und dann auch habe ich mir so gedacht ich dachte auch das du mir Prozent wie heißt er noch und ich hab's auf der Zunge die Bietze oder irgendwie so ist YouTube-Kanal nicht gibt's oder sein Minecraft-Accounts so habe ich mir so gedacht oder okay Krampkrafter oder irgendwie so hab ich mir so gedacht und dann kommst du einfach so ich gebe dir in den Böden sie sind ja das ist nur nein Spaß komm ich komm mit dir alle Obrach im Bildschied der Blöcke mit Schiölzer glaubst du war auch auf 4 oder hat war schon auf jeden Fall Euro auch auf 3 auf die Probe und warum 4 wird dann in 1 9 noch nie danke und so ein bisschen sie in der nächsten Runde und lassen die Beule mit Guck mal, mein Fastbridge Aim. Siehst du das? Ich sehe es. Jaaaa! Ich werde einfach schnell und steckst als ich. Was? Ich werde einfach schnell und steckst als ich. Also, ich bin zurückgepackt, GG. Okay, zurück zur Runde. Ahaaaa! Hi Leute, wir sind wieder da. Nach der Werbung. Heute könnt ihr für 3,99 eine neue Tastatur kaufen. 9,99... Nee, 30 sogar, wenn ich bitten brauche. Außer mal 30. Fahr der Tisch, ja. Für 30 Cent könnt ihr jetzt einen neuen Tisch kaufen. Nur 30 Cent. Euro. Okay. Dann halt Cent Euro, wenn es dir lieber ist. Ja, das bin ich. Guck mal, wie hoch ich baue. Hab weg gehabt. Ich beeile mich hoch. Ja, ich mach mal ein schönes Schwert aus mal. Nein! Nein! Okay, ich geh jetzt essen. Bis gleich. Bis gleich! Los geht's! Los geht's. Ein paar Moments. Apropos. Ich hab ein paar Baden Market. Ah! Guten Tag! Daniel, Sola, ich bin wieder zurück und Daniel ist gerade auf K. Daniel, ich bin auch gerade zurück. Wir hatten heute Wurst zum Abendessen. Ah, Wurst? War jetzt schon ab? Ja, war mega lecker. Echt, was gab's für eine Wurstbrat? Äh, keine Ahnung, war einfach Wurst halt. Ja gut, wenn's geschmeckt hat, dann hat's auch geschmeckt, o? Ja, hat's schmeckt. Hat's schmeckt. Hat geschmeckt, ja? Okay, dann freut's mich. Hab's auch irgendwas auf Wurst. Mama! Dann kommt sie jetzt rein. Ja, was willst du denn? Halt deine Fresse, ich mach mal was. Mach jetzt Abendessen. Okay, Leute, wenn ich diesen MLG schaff, ne? Alter, ich quitt Minecraft, Alter. Ich quitt Minecraft, wenn ich den MLG schaff, Mann. Na, komm, 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 komm. Leute, ich quitt Minecraft, wenn ich diesen MLG schaff. Ja, mach's. Ich hab's fast geschafft, Alter. Ja, wir sind rot. Ne, wir sind sie eigentlich. So, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben jetzt verkackt, wie ihr es seht. Bratenchen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Willst du was noch sagen? Ja, Leute, auf jeden Fall, ein herzliches, killerhaftes, dankeschön an alle. Let, let him a lighter and, and go, go, fuck with chickens and make, make chicken keys and, 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 fütter them and, and hauen Bratfarben und des Kopf und ciao, haut rein.